Du kannst aber ein paar tausend Prozent mehr verdienen, wenn du lernst, Probleme für andere zu lösen. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in sieben Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Wichtig für die Mittelschicht sind Titel, manchmal sogar unglaublich wichtig. Und für Reiche ist im Gegensatz dazu jede Form von Weiterbildung wichtig. Vor allen Dingen die straßenschlaue Weiterbildung. Es ist unglaublich, wie viele Menschen denken, dass eine formelle Bildung, akademische Bildung, die einzig wahre Bildung ist, die ihnen hilft, erfolgreich zu werden. Die wollen dann ein Diplom, einen Bachelor, einen Doktortitel, alles. Reiche wissen, wenn du wirklich reich werden willst, dann nützt dir ein Doktortitel gar nichts. Also für wirklich reich nützt er dir nichts, auch kein Diplom. Zumindest ist das eine viel weniger effiziente Strategie, als wenn du dich darauf konzentrierst, Ideen zu entwickeln. Nämlich Ideen, die Probleme lösen. Und das lernst du auf der Straße. Lass mich dir das ganz deutlich sagen. Wenn du einen Titel hast, dann kannst du dein Einkommen vielleicht um 30, maximal 50 oder sogar 60 Prozent steigern. Du kannst aber ein paar tausend Prozent mehr verdienen, wenn du lernst, Probleme für andere zu lösen. Probleme, die die selber nicht lösen können. Und wenn du dann diese Problemlösung verkaufen kannst, dann bist du ganz vorne. Und dabei gilt, je größer das Problem, umso größer die Belohnung. Und je mehr Probleme und je wichtigere Probleme du lösen kannst, umso größer dein Wert im Markt. Weißt du, was eines der größten Probleme von Titeln ist? Du glaubst, wenn du diesen Titel jetzt hast, dann hast du ihn. Das klingt jetzt komisch. Es ist dann einfach so, dass diese Menschen dann aufhören zu lernen. Den Höhepunkt glauben sie jetzt erreicht zu haben, den Doktortitel. Und so neigt die Mittelschicht dazu, sich dann mit Titeln zu schmücken. Und diese Titel limitieren sie gleichzeitig ganz oft. Nach dem Motto, ich habe jetzt den Titel und jetzt ist gut. Reiche wissen, wir müssen lebenslang lernen. Du kennst vielleicht mein persönliches Motto. Konstant lernen und wachsen. K-L-U-W. Konstant lernen und wachsen. Spitzenleister sind offen für jede Art von Weiterbildung, die sie näher zu ihrem Ziel bringt. Also frage ich dich, das ist eine wichtige, ernste Frage. Was tust du auf täglicher Basis, um besser, stärker und letztendlich auch vermögender zu werden?